Warte kurz, ich komm... Nachschub hat's ja... Muni würde ich auch noch mal... Ja... Okay... Warte kurz, warte kurz... Nachschub hier... Den Muni will ich auch haben, dann können wir... Aber Nachschub haben wir... sehen wir jetzt noch nie, oder? Na doch, sehen wir... Aber das sind halt die Großen... Ah, okay... Ich war letztes Mal hier drüben drin... Wie können es Los Hiros de Punta von Santa Blanca wagen... Mit ihren Waffen und ihrem Geld... In Bolivien einzufallen... Und unser Patria... In eine Drogenfabrik zu verwandeln... Sie haben bereits unser Land... Und unsere Arbeit... Wenn wir nicht handeln... Dann haben wir unsere Leben... Geh, geh, geh... Ist tot? Mhm... Mutig... Wir werden sagen... Ich bin nämlich nicht gerade gut gestorben... Ja, aber trotzdem... Alleine ist ja sowieso schon dahinter... Aber wenn's jetzt wieder backt... Ist ja easy... Dass keiner kommt... Neunzig Tipps... Gehen Sie in Dippen... Befürchtet sich die Kampel... Und ich geh drauf hin zu werden... Okay... Ich bin nicht da oben... Ich bin da oben... Ich bin da oben... Aber die von da gekommen sind... Die kommen aus allen Ecken... Das erste Auto kommt... Das erste Auto kommt von hier... Da wo ich jetzt bin... Und bei dir eins... Starte mal... Ich kann nur nach dem ersten runter... Ich kann nur nach oben... Sagt der Cowboy, das war ein Zivilist? Ja, wenn die mir einen Schuss nah laupt. Achtung, der kommt gerade zu dir. Ja, die Leute sind nahe, die Leute. Alle bis auf einen habe ich tot. Alter. Den Fahrer habe ich raus geschossen, aber rechtlich ausgestiegen. Ja, ich habe es auch versucht, schon auf der Fahrt. Dann schmeiße ich die Granate runter. Verstehe aber, da schalten sie den Stromkirne heute raus, um alle umgelegen. Zu schalten, okay. Okay. Dass man wieder hochlaufen muss. Ich bin schon drin. Achso, ich bin wieder oben. Über die falschen geschossen sehe ich gerade im Stream in der Wiederholung. Ah, ich habe ein Zivilistik aus. Ja. Starte hin. Irgendwie geht nichts. Hä? Irgendwie geht es nicht. Was? Oh, ich habe gestartet. Geht schon. Zwei Minuten. Ich bin gerade gestartet. Achso. Wie lange? Ja? Ja? Oh, ich habe nichts gestartet. Wie lange? Lassen wir sie uns herabstehen. Wie lange? Ich glaube, wie geht es? Jetzt ist es vorbei. Schnell in die Deckung. Okay, ich komme. Ich lebe. Dann gehe ich in die Deckung. Ich werde mich gerade umbringen lassen. Ich lebe noch. Ich bin eigentlich weit weg. Hä? Ja. Zack! Hä? Wer? Der! Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ja, die Ballen und das Ding hier kaputt. Die zwei. Ja, ja, ich sehe sie. Ja, okay. Da hast du keinen. Anmerksam kommt immer mehr. Wo? Ich bin dort. Ich wusste nicht von wo. Von unten waren wir. Okay, warte ich jetzt kurz bist du. Sagst du bist schon drin. Ping. Im Coop kann es heißen. Position. Ich bin jetzt drin, ja? Nein, jetzt bin ich auch drin. Ah. Echt schnell. Beim letzten Mal ist es ewig wieder auf. Ja, ich habe nur auf die Map geschaut. Da stand ein Pfeiler. Aber der Männchen war nicht da. Gerade eben. Da hast du gesagt jetzt. Da ist dein Männchen gekommen. Okay. Und der Pfeil ist schon da. Vorher nicht geschaut. Muss ich gucken. Du da bist schon. Also ich schmeiße es nicht. Jetzt mache ich dir wieder da hoch. Wo ich jetzt mal war. Beim ersten Mal. So. Hier. Ich bin hier oben. Ich schmeiße ich. Granate? Ja. Okay. Ne, ich muss. Zwei Minuten. Ja. Alter, das ist falsch. Aber du, Joseph. Eil den Sack. Niemand tut etwas. El Falso Santo verbreitet Angst in unserem großartigen Land. Aber wir erkennen die Lücken. Und wir fürchten uns nicht. Der Maus. Lösen wir dieses Problem. Kugel für Kugel. Gehen raus. Die zerstören den verdammten Sender. Was ist aber? Scheiß. Reload. Woher? 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 Versteht mich. Da ist kein Mensch um mich rum. Ich bin. Ich liege auf dem Boden. Ach, hinter mir läuft einer her. Ja, genau. Der fliegt. Wir sind nicht mehr drauf. Warte demnächst länger durch. Ja, in drei Sekunden werde ich mich bei dir wiederbeleben. Was liegt das Ding noch, oder? Ich seh's nicht. Ich seh die Meldung nicht. Ne, es läuft noch, oder? Ne, ich glaub nicht. Jetzt bin ich rein. Ich hab eine Granate reingeschmissen in die Deckung weg. Okay. Dann müsste ich das. Ja. Wir müssen zusammenbleiben. Wir fangen jetzt die unten ab. Die kommen glaube ich als erstes über die Straße, wo du gestorben bist. Okay. So, das Auto einfach gleich weg holen. Und dann kommen die oben da, wo ich immer war. Dass wir die dann machen. Und irgendwo vier, jede. Ja, die brauchen ewig, bis sie eingepaukt haben. Und die starten noch? Ja, ich auch. Diesmal lande ich auch lange. Okay. Denken wahrscheinlich, okay, jetzt geh mit der Schwierigkeit runter. Das Spiel macht es automatisch, weil wir noobs sind. Was? Das Spiel macht es automatisch, weil wir noobs sind. Ja, jetzt seh ich eine Prozentzahl. Ja, 95. Ah, okay. 100. Ja, wahrscheinlich sauber ein bisschen. Das ist halt ewig, man. Bisch aber noch nicht da? Ach, dann bist du da drüben. wo müssen wir nicht zu dir nein du musst du mir 120 meter alt bin da oben auf dem bukel das markiert wir gucken jetzt die straße die straße da kommt ja der erste modell und dann kommt da kann ich irgendwie ich würde einfach weg holen bevor sie aussteigen zu zweit vielleicht was weiß ich hier so ein bisschen reifen scheiss schutz irgendwo da und dann gleich hoch freifahrer ist tot, fahrer ist auch tot, hinter mir, hinter mir, irgendwo, wieso, hinter mir ich muss schnell machen wenn du keiner mehr da ist jetzt kommt ein auto ja die schießen, das ding kaputt rechts ist nochmal ein auto mhm das sind glaube ich nur die drei boah, aber wieso kam jetzt da hinter mir rein, das war ich glaube verloren ja, du meinst das ding kaputt ja, mich auch ja, okay ja, wir müssen irgendwo in dem haus bleiben ja, das hätte schon geklappt, wenn ich nicht von hinten getötet wurde wieso kommt da von hinten auf einmal einer und so war's ja bei mir oben auf einmal auch da wo ich oben wollte sniper und auf einmal steht einer hinter mir und das auto war jetzt weg, das ging ja eigentlich recht schnell ja klar ist halt behindert das hinter mir, ich bin hinten weggeholt grad jetzt nochmal probieren, vielleicht kommt die Tente, der hat mich mal nicht du hast ein bisschen in den Auge traut ja, ich glaub halt hier oben hab ich gehört, ob das oh fuck, ich muss noch weiter hoch bist du schon drin? ja okay und du nicht ja es ist jetzt 96 100 kein Starter das war ja schon ich würde halt gerne mal versuchen direkt eine Granate aufs Auto zu schmeißen würde ich aufs zweite das fällt eh hier rein das parkt hier, wo ich stehe jetzt umgekehrt ich weiß es nicht Waffen runter Leute, wir wollen niemandem Angst einjagen wir wollen niemandem Angst einjagen wieso kommt der nicht? ich weiß es nicht aber irgendwo fallert ich schon wieder ja, die von oben kommen jetzt einen hab ich Auto 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 im Lager im Lager Granate fliegt einfach durchgefahren ja ich bin dran das war ein Zivilist du Penner ja was kann ich dafür, wenn der einfach Schlussball ne lauft, Alter haben wir, haben das Auto weg der andere ist das andere packt da unten, das heißt wir haben es geschafft ja bis jetzt 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 der Sender ist hin? nein 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 den hab ich halt voll umgemerkt, guck mal da bist du da da ist dein zweiter Tango ja ja, da liegt ja, weil da das Auto und da ich stand hier und der dann auf einmal schussbahn und äh ja ich glaube es schöner Back ja, mal wieder ja, mal wieder ja, dann wollen wir nun nicht mehr ja, da hinten die fahren nicht die fahren nicht die fahren nicht hör an ja 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 wie war das mit dem, was war? ja 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 für eure Treue und liebe euch. Hä, wie bin ich das? Dann gehst du mit Tap und dann? Tap und dann mit dem Ostrad drehen. Einmal Tap. Der Tap halt gedrückt halten. Und dann kannst du mit dem Mausrad drehen. Und dann gehst du runter auf Mörser. Und dann kommt der weiße Kreis. Und dann musst du zielen und dann kannst du los. Ist bei mir. Ich glaube ich habe einen Makro angehört. Ein bisschen gepackt bei mir. Ja, irgendwie machst du die ganze Zeit irgendwas komisches. Gut gemacht Leute. Alles klar. Neufarmieren. Alter. Abzug. Ja, schau doch. Sorry Kumpel. Aber ich brauche noch was raus. Mach ich mal auf in deine Hand die ganze Zeit. Du hast irgendwas noch raus. Ich will mir nicht, dass ihr wie ich der Welt entzahlt. Du machst die ganze Zeit mit deinem Arm die ganze Zeit. So nix. Und los. Was? Aber ich bitte euch von mir zu lernen. Frönt den leichten Freuden nicht so stark, dass ihr Körper und Preist schadet. Hallo. Wenn du mit Fahrer willst. Wir sind nicht so stark und einen starken Körper. Ich würde das nicht genau da. Oder alles tun, um unsere Menschen zu sein und unsere Schwächen zu lassen. Das ist ja gar nicht zu fahren. Was? Was? Bei Mofa Das mit was? Mit dem Abkotzen Mit dem Abkotzen Boah Alter, was ist los mit dem Leuten? Ich bin ja einfach vor mir Uwe Oh, die Militärstützer